Vor gar nicht allzu langer Zeit, da fuhr ich mal nach Köln. Dem Gronkh und auch dem Sarraza nen schönen Gruß bestellen. Ich half dann aus bei LPT, ich bin ja netter Mann. Doch Gronkh und auch der Sarraza, die haben sich dann vertan. Aus Siegesmund wurde Silbereisen aus Fabi-Florian. Doch ich hab diese schöne Axt, drum denke ich stets daran. Ja, immer dran denken, geh, Frischis! Der Typ hier, der heißt Siegesmund, prägt's euch nur gut ein. Sonst fehlt euch nach der Apoca und womöglich noch ein Bein. Text als Hold'em-Körperteil ist auch ein schönes Spiel. Doch wir Livestream auf Mai-Video, womöglich etwas viel. Viermal schon bei Let's Play-Poker, niemals je gewonnen. Ja, hey, gute! Doch dann mit Florian Silbereisen Spitznamen bekommen. Ja, das ist ganz wahr. Spitz ist auch mein Fleischermesser, das hab ich stets hier drin. Ihr merkt euch meinen Namen besser, sonst geh ich damit all in. Danke, Buschies, all in! Der Typ hier, der heißt Siegesmund, prägt's euch nur gut ein. Sonst gibt's ein bunt gemischtes Hack, darf sonst noch etwas sein. Danke, Buschie! Texas Hold'em-Poker-Zeit, das wird ne schöne Rund. Egal, wer diesmal antritt, es gewinnt der Siegesmund. Okay, ich auch mal, okay. Die fünfte Show bald ist zum Weitle Floyd und dann komm auch mit rein. Mrs. V-Log looks like Link und auch noch David Heil. Ich mag die alle irre gern, doch wer mich Silbereisen nennt, dem spiele ich ein Liedchen vor auf diesem Instrument. Ja, Sockra, fix noch einmal euer Zipfelklatscher, geh! Der Typ hier, der heißt Siegesmund, prägt's euch nur gut ein. Jetzt ist Siegesmund! Fehlt euch nach der Poker-Rund, womöglich noch ein Bein. Texas Hold'em-Körper-Teil ist auch ein schönes Spiel. Doch wir Livestream auf mein Video, womöglich etwas fehlt. Der Typ hier, der heißt Siegesmund, bitte nicht vergessen. Wir holten jetzt den! Sonst wird er nach der Poker-Show noch eure Hirne essen. Ja, er könnte, gibt's nicht bitte! Wer Siegesmund mit Sieg verbindet, liegt er nicht verkehrt. Nein, nicht für Deutsch. Dabei aber nie vergessen, ich bin auch schwer gestört. Jawoll! Ja, hu 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 hu! Grüß euch! Servus, liebe Freunde der Volksmutig! Ich hab dir ja versprochen, dass wenn ich bei Let's Play Poker gewinne, dass ich danach singe. Du, hab ich schon gesungen, muss ich nur noch gewinnen beim nächsten Mal, dann ist das Ding rund. Das nächste Mal Let's Play Poker findet statt ab 8. März, das ist ein Samstag, ab 18 Uhr live auf mein Video. Mit illustren Gestalten wie Gronkh, Sarraza, David Hain, Dan The Man, Luf Lloyd, Mrs. Vlog, Looks Like Link und mir. Wie heiß ich? Hat er mittlerweile hoffentlich gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann würde sich das auch ausgleichen, dass ich dafür leider in die Hölle der deutschen Volksmusik komme. Außerdem könnt ihr den Kanal natürlich gerne abonnieren, denn bei YouTube gibt es dann die ganzen Wiederholungen von Let's Play Poker. Das wird alles bestimmt ein Riesenspaß. Ich trinke mir jetzt eine halbe und ihr schaut euch einfach noch ein paar andere Videos an. Bis dann! Ciao!